Ich hab einen leichten Titscher von hinten bekommen. Achso? Ganz leichten, den hab ich dann am Ende von weitergegeben. Weil ich war ja schon fast... Der hat doch so stark getan. Ich glaube, das war ein Titscher von vorne. Aber es kann schon sein, ja. Mein Gott. abschne� wh 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 ... 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 die sonne ich bin hier das ist doch eine Stelle, die ich nicht richtig fahren kann merkt man ja ist die vorigen Zeit verloren an der Stelle total unrund die Stelle ein Naja, könnte ich nicht mehr machen. Ja, aber irgendwann muss ich bremst. Naja. War die ganze Zeit so zurückhaltend, hätte ich nicht gedacht, dass du da so früh dann auch bremst. Ich habe mir schon recht langsam vor. Boah, Atomexplosion. Nein. Super. 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 Bist du zu früh bremst? Ja ja, hätte ich nicht gebremst in deiner Stelle. Ich dachte schon, ich war Dekoverst schon. Auf dem ich ein Fass. Hier geht's mit der Karte sons. Was ist der Karte? 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 Was ist das? So, da geht's mir aus. Oh, ist er wieder. Oh, ich bin wieder. Oh, in der Herr. Alter Alter Naja Hätte sogar gezählt, wäre ich dieser Unfall gewesen Na, der Radiator bringt doch ein bisschen was Den Motorblock Ey, geh, scher da mal Feuer raus, bevor du hinten anfährst Ich fall da gar nicht dran Ich hab voll den Schlag von hinten gekriegt Voll ne Bandit flogen Wir haben mindestens noch 2,3 Meter Luft Echt kurios Ein Schubser von hinten Oh, jetzt hab ich den Schubser von hinten gekriegt Obwohl er eigentlich noch nicht dran war Also Henk Hab eigentlich nichts gemacht Ja Haben wir uns selbst alle zerlegt Wir sind mit